haha verarscht das ist noch nicht das Ende IBS Lichtling da guckt guck mal nein das war noch nicht das Ende doch eigentlich schon aber der Anime Freak hat mir einen Kommentar geschrieben da stand drin dass ich noch nicht alle Flaschen besitze ja da dachte ich mir warum hol ich mir nicht alle Items ja dann mach ich das mal da 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 mit dem Schwert natürlich und Speedrun nach hinten geht's auf nach Kaka Diko wo wo oh ne das war Tag da da aber alle Herzteile hol ich nicht wo ich nur mal jetzt zu sagen das das gut zu lassen es recht nicht da 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 hopps da 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 das das schon wieder sagen schwer denn wir holen uns jetzt die Flasche wir müssen alle Hühnchen einsammeln, dann sammle ich es ja schon mal ein und zwar müssen wir die für das Mädel da einsammeln weil die hat so eine Federallergie sag ich mal und kann die nicht anfassen deswegen müssen wir sie für sie einsammeln da ist noch eins nun rechts aber erstmal ein anderes oh, lauf doch nicht weg ich mach mich nicht auf Hühnchen, Mann Kikiriki und hopps oh so woops ja genau, lauf dahin so quack 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 du Speak du fit du du Yeah! Weee! Und... Da müssen wir jetzt hin! Komm! Komm, 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 komm! Ich bin mir nicht sicher, ob da oben auch noch ein Huhn ist. Aber ich geh da mal sicherheitshalber hin. Da ist doch eins. Ich wusste es. Komm! 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 Hatte das jetzt Sinn? Wo ist das andere Hühnchen? Ich weiß, dass hier zwei waren. So, wo ist das andere? Da ist es doch. Ganz in der Ecke. So, da haben wir alle Hühnchen. Und somit auch eine Flasche. So! Da-da-da-da-da! Danke, dass meine Kucko finden. Ich habe Allergien, also ich bekomme Gussbombs. Für mich helfe ich, werde ich es dir geben. Ich versuche das Glas. Ich versuche es dir. Ja, gehen wir schon. Da-da-da-da! Empty Bottle! Wir wissen, wie das funktioniert. Okay, woher als nächstes? Ähm... Warte mal. Ja, okay. Ich weiß wollen. Dum dum dum. 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 Dum 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 dum. Du willst was flinken? Hey, da ist alle. Boah, geschickt ausgewichen. Boah, boah, boah. Skit skit. Wut legs? Oops. So. Dum 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 dum. Dann gehen wir mal einfach geradeaus. Okay, dann machen wir mal einfach so. Tssst! Horror Kid, was geht? Verdammt! Mann! Verdammt! So, geht doch. Jetzt gibt der uns irgendwas. Who knows our song? We should be friends. Here, take this. Jo. Das war jetzt eigentlich... Muss ich machen. Denn ich will auch alle Masken haben. Jetzt kommt der und sieht... Boah, geil Masken. Wie oft... Ja, er hat uns beschissen hier. Go back to the mask shop. Lots of blue. Daut der Eisfeld ab. Und wieder zum Maskenhändler. Und wieder zum Maskenhändler. Das war nicht. Bis zum mal. So ist der und eck. Und wieder zum einst. Das war ja noch nie Ahí. Als nächstes kommt die Gruselmaske, Spooky Geistermaske, glaube ich, auf dem Deutsch. Yeah, Spooky. Ja, oh. Der erzählt mir so dumme Geschichten. Hip. Ähm. Ich müsste jetzt mal gucken, wie das Lied geht. Zum Friedhof muss ich nämlich. Dum dum dum. Oh. Okay, nicht doch schon. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Jetzt müssen wir zu Boris. Yo, zu Boris. Gravejahr. Nicht ins Gefahr fallen. Klein Boris. Hops. Ja, kriegst du. Ja, komm. Aber nicht. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. So, okay. Okay. Ähm. Man sieht noch sein Auge. Dum 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 dum. Dum dum dum. Zerab. Wenn wir alle Masken verkauft haben, dann kriegen wir am Ende so eine richtig geile Masken. Und hier, zum Beispiel hier, äh, This statues one-eyed gaze purses into your mind. Ja, das sieht aus, als ob es uns etwas sagen will, auf deutsch gesagt. Und wenn wir die Maske dann haben, dann können wir mit den Steinen, so gesagt, sprechen. Dann erzählen diese Steine uns solche Geheimnisse. Happy Mask Shop. So, und jetzt kriegen wir eine Maske, die ihr sicherlich aus Melee und Super Smash Bros. Brawl kennt. Ja. Kommt euch doch bis ich... Oh nein! Nein! Oh! Oh! Dum 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 dum. So. Dum 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 dum. Und zap zap zap. Dum 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 dum. So, wohin müssen wir jetzt? Ähm. Genau. Dum 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 dum. Den treffen wir jetzt auf dem Feld. Dum 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 dum. Irgendwo hier, auf dem Feld treffen wir ihn. Ich hoffe, den treff ich schon in schnellen. Dum 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 dum. Da ist er. Seht ihr ihn? Ich mach mal einen Fetzgang. Da ist er. Bleib stehen! Hey, es wird dunkel. Bleib stehen. Der wird einfach nicht stehenbleiben. Tricksal, Tricksal, Tricksal. Ja, wenn er mal stehenbleiben würde. Und der läuft noch weiter, ey. So ein Assi, ey. Relax. Bitte bleib stehen. Der Part ist gleich vorbei. Bitte bleib stehen. Ja. So. Ne, egal. Ja, doch. Ja, so. 50 Rufis, Partypad. Oh, oh, oh. So, Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wenn wir die Masken weiterverkaufen. Also dann. Bis dann. Ciao. Ciao.